Willkommen zum Warm-up der Woche. Für das Warm-up braucht ihr drei verschiedene Gegenstände oder auch drei gleiche Gegenstände der Hauptsatz sind die Farben Rot, Grün und Blau. Für den Anfang laufen wir gemeinsam auf der Stelle. Dann werden uns verschiedene Begriffe genannt. Wir müssen uns überlegen, welche Farbe hat dieser Begriff und dann rennen wir zu dieser Farbe hin. Laufen später dann rückwärts entspannt zurück. Los geht's! Wasser Erdbeere Heidelbeere Die Wiese Die Kirsche Das Feuer Der Apfel Die Pflaume Die Kiwi So, wenn wir euch noch nicht aufgewachsen fühlen, dann könnt ihr das noch einmal spielen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche euch noch mal ein paar Pen-up, weil wir uns für euch noch nicht aufgewachsen fühlen. Das Feuer ist ein paar Begriffe. Das Feuer ist ein paar Begriffe. Vielen Dank.